Okay, wir sind zurück für eine weitere Runde Minecraft Hardcore nach einer weiteren Pause, in der ich mir aber einige Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, unser nächster Bild wird nicht so mega weltbewegend, beziehungsweise nicht am Anfang. Hi Creative, willkommen zum Stream. Moment, ich sehe gerade... Ne, ist alles in Ordnung. Ich war jetzt ein bisschen irritiert, aber das, was OBS mir anzeigt, ist richtig so. So, und zwar, es gibt ein, zwei Sachen, die ich gerne hier an der Base noch kurz ändern möchte. Eins betrifft den, äh, den Villager Breeder. Und eins betrifft unsere Wollfarm. Weil ich glaube, dass die auch so ein bisschen zu den Performance Problemen, die wir hier in der Gegend haben, beiträgt. Und ansonsten hätte ich einen kleinen Bild, den, äh, den ich gerne an die Straße vom letzten Mal setzen möchte. Wo später dann vielleicht auch ein bisschen Funktionalität drin versteckt werden kann. Stricker, ist das richtig? Wir kommen zum Stream. Ähm, pass auf. Ich weiß gerade gar nicht, was ich... Äh, ich brauche Wolle. Ich brauche nämlich zwei Betten. Also, ich brauche auch Holz. Warte, falsche Richtung. Noch, noch mindestens zwei Arten von Holz. Hi, Xiaomi. Und so hatte ich überlegt, äh, wir arbeiten mal nicht... Ich hab, wenn ich mit Holz gearbeitet habe, hab ich eigentlich fast immer mit Eichenholz gearbeitet. Das ist so lame. Es gibt so viele schöne Holzarten. Jetzt demnächst auch noch Kirschholz. Das heißt, wir nehmen mal zweimal Birke mit und zweimal Dark Oak. Na gut, ich hab auch Dark Oak bei den Maya-Gebäuden benutzt, aber trotzdem. Ich arbeite viel zu viel mit, äh, mit Eichenholz. Hi, Rimura. Ich wollte kurz mal wieder den Siedlerfieber verfallen. Ja, das ist, äh, auch so eine Sache. Ich muss auch demnächst mal wieder ein bisschen, gucken, dass ich zumindest ein bisschen wieder ein Siedler reinfinde. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so, was heißt nie wieder, nicht mehr so viel Siedler machen wie früher. Ganz einfach, aber auch, weil, ganz ehrlich, wenn man auch gleichzeitig noch, äh, an einem Siedler-Like praktisch mit konzipiert, beziehungsweise sogar hauptsächlich konzipiert, dann muss man den Rest der Zeit auch mal was anderes sehen. Oh, ich seh grad, ich hab Shader nicht an, oder? Diesmal können wir ja mit Shadern arbeiten, weil wir brauchen keinen Lightmatiker und nichts. Den Bild, den ich vorhabe, den, äh, werden wir freestylen. Bis auf das 5x5 Grid. Aber da muss auch dazu sagen, Siedler, ich hab ja auch die ganzen Mechaniken eigentlich im Prinzip durch. Es fehlen ja wirklich nur noch Missionsguides und eventuell mal die ein oder andere Entwicklungen in der Community oder bei Settlers United, wenn da irgendwas bahnbrechendes passiert. Es ist einfach nicht mehr so viel Content da für mich zu machen. Ich mache mir ja im Prinzip selber schon neuen Content. Einmal durch den DTL5-Entwurf war das ja so ein bisschen jetzt halt total GLG. Mir fällt auf, dann brauche ich auch noch, äh, ja. Das ist zu beengt hier. Na, da brauche ich nämlich nochmal, äh, zwei, ähm, zwei Komposter und zwei Hopper, dass ich die hier ran packen kann. Ich bin halt in diesem komischen Zustand, äh, zu gut für easy zu sein, aber die meisten darf es nicht auch normal machen zu können. Die Sprünge sind halt auch zum Teil sehr groß und nicht einheitlich. Also da ist eigentlich jede Map eine Wundertüte. Äh, nein. Ich muss wirklich mal gucken, ob, äh, so. Weil ich habe jetzt hier extra zwei Betten gesetzt, damit die zwei nochmal hier zwei Farmer erzeugen und wir dann nochmal ein bisschen mehr an, an Karotten, nicht Karotten, doch, an goldenen Karotten auf einmal kaufen können. Was ist gerade mit dem Hasen passiert? Habe ich ihn gerade runtergeschubst und er hat Fallschaden genommen und ist daran verreckt? Sind Hasen so empfindlich gegenüber Fallschaden? Ich bin verwirrt. Habe ich Hasi getötet? So, das andere. Wobei, ich würde doch gerade das eine Upgrade noch machen, weil sonst vergesse ich das wieder. Habe noch irgendwo zwei Komposter übrig. Wahrscheinlich im Redstone-Kit. Wieso laufe ich extra nochmal hier hin? Ich merke hier auch gerade wieder ein bisschen die Performance-Probleme. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen wieder einfängt, wenn ich die Änderungen mache, die ich, äh, vorhabe. Weil, äh, ich habe festgestellt, wir haben ja Hopper-Minecarts bei der Schaf-Farm oder bei der Wolf-Farm, aber wir kommen da eigentlich theoretisch, wir brauchen keine 16 Hopper-Minecarts, die alle so viel Performance ziehen wie teilweise, also ich höre Zahlen von 50 bis 100 Hopper. Das reicht eins. Das halt rumfährt. Kannst du bitte nicht hier stehen? Überall, aber nicht da. Nein. Kannst du mich bitte nicht runterschmeißen? Das wäre sehr nett. Ähm, shit. Und du bitte auch nicht. Warte, wir machen da. Okay, das geht. Warum auch immer das andere nicht ging. So, da ist das nämlich jetzt auch erledigt. Ne, aber zu den, äh, zu den Siedler-Maps. Ja, wie gesagt, das ist, äh, unterschiedlich. Es gibt ein paar Sachen, die kann man sich, glaub ich, äh, stark aneignen. Das, äh, hilft grundsätzlich, aber es gibt halt auch Maps, da sind die Sprünge einfach so riesig, beziehungsweise die sind halt auch auf, äh, normal nicht, äh, fertig balanciert. Das merkst du einfach. Oh, heute ist aber, heute ist der Lag aber extrem. Ich habe sogar extra, äh, jetzt Iris geupgradetet, weil es, äh, tatsächlich, ich habe, äh, jetzt noch nicht so viel gebracht. So, hier ist unsere Wollfarm. Können wir kurz gucken, wie es da mit Scheren aussieht. Okay, er verbraucht die ziemlich, äh, auch die ziemlich gleichmäßig. Panda Iago einfach schon vier Monate. Ach, das ist sogar noch frisch. Es subscribt. Sehr nice, danke. So, pass auf. Hier, man sieht sie auch. Hier sind die Hopper-Mine-Cards. Aber wie komme ich da ran? Ich muss hier doch irgendwo einen Wartungszugang gemacht haben. Pass auf, wir nehmen einmal gerade den Elighter, damit wir uns hoffentlich ducken können. Ah, pass auf. Wir unterbrechen einmal kurz diesen Kreis. Ähm, ja. Als ob ich hier nicht frei gemacht habe. Ön, ähm. Allesy. Let's go. Okay. 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 Gut. Okay. 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 Light Level Overlay sieht gut aus, aber wir machen trotzdem mal eine Lampe hin. Dann kann die Fackel weg. So. Was auf die hier können bleiben. Was ist denn gebaut? Gleich kommt noch ein kleinerer Bild, aber trotzdem ist das der Plan. Jetzt gerade möchte ich aber kurz das hier upgraden, weil 16 Minecarts, das geht schon sehr auf die Performance. Ich habe nur ein bisschen irritiert, weil ich hatte das ja eigentlich ein bisschen zugänglicher in Erinnerung. Pass auf, wenn ich hier einen Redstone Block hinsetze. Das hier geht. Okay. Das ist in Ordnung. Also die ganzen Wollfarben können da rein. Wir machen jetzt alle von den Hopper Minecarts weg bis auf eins. Ich weiß nicht, ob es jetzt groß was gebracht hat in Sachen Performance. To be honest. Ach du Kacke, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe jetzt auch gerade keine Dings zur Hand. Okay, ich muss sowieso mehrmals laufen. Aber Hopper Minecarts sind jetzt natürlich auch zu schade zum Wegschmeißen. Aber normal einfach immer zu wenig Soldaten für die ersten Angriffe. Dann ist es wahrscheinlich einfach Early Game Optimierung, wo du einfach noch Übung brauchst. Beziehungsweise auch zu wissen, was wann zu priorisieren ist. Pass mal auf die Wolle. So, eins der von den Hopper Minecarts brauche ich hier. Der Rest kann in der Kiste versauern. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass es so viel bringt. Wir holen nochmal gerade Sandstein. Na komm. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schienen Hallo? Ich muss ihn irgendwie anschieben Ja, heute ist es aber auch sehr schlimm Ich weiß nicht, was mit der Performance los ist Aber jetzt versuche ich auch gerade hier zu springen Wie kriege ich das hin, dass es der losfährt? Wobei, warte, ich glaube, ich kriege es ein bisschen besser hin Wenn ich sage Ne, damit kriege ich das genauso wenig Doch, das könnte funktionieren Probieren wir mal Ich brauche dann aber gleich einen Redstone Block Jawohl Ähm Das ist doch eine Power-Trail Warum hat ihn das jetzt ausgebremst? Hä? Hä? Das ist doch eine Power-Trail Der hat die Power-Trail Das ist doch eine Power-Trail Die Power-Trail So, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das uncool noch wird, wenn dieses Minecraft mal stoppt. Ich glaube auch, es müsste eigentlich genau hier an der Stelle. Es müsste hier langsamer werden, damit es entladen kann und hier müsste es schneller werden. So. 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 Was benötigen wir nicht? Wir benötigen kein Gras. Wir benötigen kein Dirt. Kein Endes seit. Keine Kohle. Stein sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Aber Red Sandstone kann hier bleiben. Ich brauche irgendwas. Ja gut. Eisen könnte man mit Umständen nehmen. Oder Stein. Vielleicht auch Polished. Das müssen wir mal gerade schauen. Wo habe ich das Zeug? Smoothstone so rum. Smoothstone war es. Hier unten ist es wieder angenehmer mit dem Leck. So. 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 sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Das ist Terracotta. Ich muss irgendwie noch einen Weg finden, dass wir uns ein bisschen leichter hier zurechtfinden. Hier ist Glas bei der Wolle. So, was benötigen wir noch? Ich glaube, wir werden noch mehr Holz benötigen als das, was ich jetzt eingeplant habe. Wobei, nee, warte. Stimmt, das steht noch nicht fest. Was nehmen wir fürs Dach? Ziegel könnten noch was aussehen, aber ich würde auch gerne mal Kupfer als Dach ausprobieren. Und dann ist halt die Frage, wachst es Kupfer oder halt lassen wir es, lassen wir den Zahn der Zeit daran nagen? So, mal gucken, weil so viel Kupfer habe ich, glaube ich, gar nicht rumliegen. Das ist okay, das kann man ja noch zerschneiden. Das hier sollten wir vielleicht mal gerade mit der Fortune Pickaxe mal bearbeiten. Und dann durch den Superschmelzer jagen. Nur vielleicht sollten wir vorher ganz kurz gucken, nicht, dass wir gleich ein Problem haben. Ne, okay, hier sind Kopferingels. Wäre auch schwierig sonst, weil mit dem, sonst würde der Superschmelzer halt die Sachen vorbeischicken. Ich bin jetzt auf der Brille von der Brille. Ich auch nicht so ziemlich gut verabschieden. Das ist normalerweise auch befriedigender, wenn das schön in der Reihenfolge angeht. So, hoffen wir mal, dass das genügt. Okay, aber jetzt haben wir hier schön Regenschäder. Und hier wird es auch, ja, hier ist es definitiv besser. Also in meiner Base geht auch einfach zu viel ab. Und ich meine, ich habe hier schon die ganzen Hochpaare extra mit, mit Kompostern bedeckt, damit sie nicht die ganze Zeit den Block über sich checken auf Items. Aber so viel hat das leider gar nicht gebracht. Und ich glaube, es ist auch nicht CPU-Lag, sondern GPU-Lag, den ich hier habe. Deswegen bräuchte ich eigentlich mal langsam Grafikkarten-Upgrade. Meine 1070 kommt hier wirklich an ihre Grenzen. So, hier kommt der Fluss. So, wie verläuft der Fluss? Sehen wir jetzt natürlich nicht. Hi, ihr Willkommen zum Stream. Ich habe irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit den Bild links vom Fluss, da drüben. Aber von der Erreichbarkeit wäre die Seite hier, glaube ich, besser. Aber die ist mir auch ein bisschen zu nah an der Wüste. Das Ding ist, ich müsste halt im Grunde genommen hier nochmal eine Brücke bauen. Und das sähe, glaube ich, komisch aus. Aber gut, den Weg würde ich sowieso erst bauen, denn wir hier wissen, wo die Bäume hinkommen. Dass man den dazwischen durchführen kann. So. So. Vielen Dank. Ja, okay, hier. Das ist okay. Auch gleich Stormbreaker. Moment, das hier ist nicht korrekt. Aber nur die Mitte ist falsch und ich habe es falsch gemacht. Ich habe die falsche Spitzsacke ausgerüstet. Okay, bei mir ist das doch geradezu rucklig. Okay. Und so sehen wir auch definitiv mehr. Okay. 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 So, Replay-Mod darf laufen. Okay. Okay. Ihr könnt ja schon mal überlegen, was das hier werden wird. Okay. 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 Ich freestyle das jetzt einfach. Kannst du bitte nicht. Kannst du 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 nicht. Das sieht noch nicht so aus, wie ich es haben will. Ah, dann räume ich das Vorstellungsvermögen, geht jetzt auch gerade wieder komplett kaputt. Pass auf, ich gehe immer davon aus, dass der Fluss in diese Richtung fließt. Das heißt, er drückt das Rad so. Leute, ich refunde nichts, ne? Ihr seid gerade sowas von zusammen im Discord, ne? Ich würde niemals Discord nutzen. Das ist aber zu koordiniert. Jetzt muss ich mir gerade vorstellen, wie das aussieht, wenn das... Wenn sich das dreht. Boah, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn sich das dreht. Hier wäre jetzt Create-Mod hilfreich, weil dann würde es sich drehen. Oh nein, ich glaube, ich habe einen Kult in meinem Chat. Das sieht halt nicht aus nach einem Wasserrad. Das sieht aus wie nach einem Wasserquadrat. Können wir das irgendwie abrunden? Jeremy, danke für das geschenkte Sub. Das ist ein bisschen besser. Aber erinnert nichts daran, dass das halt nicht rund ist. Und das verbindet sich halt auch nicht mit den Zäunen. Ich muss jetzt gerade... Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig freestylen. Ich muss mal kurz ein Bild suchen. Minecraft Waterwheel. Ich mache es auch extra auf dem Handy, damit ich es schön... Damit ich es schön parallel schauen kann. Gut, da wird da noch ein bisschen mehr mit... Die Sachen sind halt entweder größer... Aber viel größer ist der nicht. Der ist nicht so viel größer. Doch, da wird man doch plötzlich Lightmetiker. Nein! Ich brauche nur ein bisschen Inspiration. Huch. Irgendwann muss ich auch mal eine Serie mit der Create-Mod machen. Das anführt, glaube ich, keinen Weg vorbei. Vor allem, die haben das auch immer alles aus einem schönen, aus einem schön beschissenen Winkel fotografiert, was sie gemacht haben. Wenn ich das richtig sehe, sind das Drei. 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 Aber gut, Wasserräder in Create, ich finde es halt echt schade, dass, also, ich meine, auf der einen Seite ist es cool von der Freiheit her, aber auf der anderen Seite, wenn ich da die Videos sehe und ich sehe dann einfach, wie einfach irgendwo, wo du zwei Wasserblöcke setzt und da kannst du dann ein Wasserrad reinsetzen und das funktioniert, dann fragt man sich halt schon, ob man das, wozu man das braucht. Na. So, die schaufeln, das wird das Interessante. So, erstmal runden wir kurz ab. Wie sieht das aus? Sogar fast rund. Sogar fast rund. Ja. Na? Falsche Richtung. Oder? Verdammt. So, schauen wir mal kurz. Naja, halbwegs. Dann brauchen wir für die Schaufeln. Sagen wir mal so. Ich meine, die müssen alle in die gleiche Richtung weisen. Und wenn der Fluss in diese Richtung fließt, dann müssen die schaufeln. Oder? Verdammt, welche Richtung müssen die zeigen? Wie kann der Fluss mehr Kraft anwenden? Der muss ja eigentlich möglichst viel Kontaktfläche haben. So. Jetzt fehlt dir aber eine Lücke. So. So. Das ist totaler Blödsinn. Also die hier. So, und wenn der sich weiter dreht, dann ist er in der Position. So, und wenn der sich weiter dreht, dann ist er in der Position. So, und wenn er sich nach da dreht, dann zeigt er mit denen nach oben. So, und wenn der sich weiter dreht, dann ist er in der Position. Dann haben wir so. Und hier. Aber das passt nicht mehr. Das passt so nicht. Hä? Ich muss auch theoretisch nur... Das kann nicht sein. Wenn ich das um 90 Grad drehe, habe ich das hier. Wenn ich die um 90 Grad drehe... ...habe ich auf die. ... Vielen Dank. Hä? Wieso ergibt hier 4 mal 90 nicht 360? Oh, du, das ist doch und ich bin nur zu blöd, es zu sehen. Doch. Entschuldige, das passt. Hä? Doch, das ist korrekt. Aber anscheinend habe ich doch weniger Platz eingeplant. Jetzt doch eine 4er sein müssen. Ich meine, das ist ja an sich egal. Ich meine, das Wasserrad ist jetzt soweit okay. Ah, okay, nee, das Wasserrad, was ich nur als Inspiration habe, ist nicht regelmäßig anscheinend. Es ist auch ein bisschen anders geworden, aber es ist ja okay. Guck dir das mal an, Spinni. Okay, warte, das muss ich jetzt irgendwie hier in den Stream bringen. Sources, Image, kann ich irgendwie... Ich hätte, ich muss es erst speichern, ne? Ich muss es erst irgendwo speichern. Warte. Wo frage ich es mal am besten hin für den besten Effekt? Also, einfach mal spontan ein Meme gemacht. Also, das muss bitte auch unbedingt auf den, äh... Auf den, äh... Auf den Discord. So, jetzt muss ich es aber auch wieder wegmachen. Es geht weiter im Text. Jetzt haben auch die Bot-Leute was davon. So, wir haben unser Wasserrad. Ähm, ach so. Ja, ich hab... Ich kann natürlich nur auf die Sachen zugreifen, wenn ich auch die Schulcarbux im Inventar habe. Ich hab halt ne Teilleistungsschwäche, okay? Ich kann da nichts für. Ja. Ich kann da nichts für. Ja. Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts für. So, pass auf. Wir machen es so. Mir fehlte ehrlich gesagt noch so ein bisschen ein Button. Ich weiß aber nicht, ob es den vielleicht gibt und ich ihn einfach nur nicht sehe. Ähm... Gibt es denn Hotkey? Äh... Wieso ist... Warte, wieso ist Q nicht... Doch, Q? Wahrscheinlich streitet sich Q mit irgendwas aus dem Replay-Mod, oder? Ja. Iris... Replay-Mod... Item-Swopper. Es hat aber nur Switch-Item. Es hat leider kein... Also, mir fehlt da ehrlich gesagt noch so ne Taste, mit der ich meinen aktuellen Stack mit Items aus einer Schulcarbox nachfüllen kann. Also, dass ich jetzt gerade dann Fackeln oder Laternen... Nicht... Dass ich da nicht immer die Schulcarbox für setzen muss. Das fände ich sehr famos, wenn das so wäre. Das fände ich sehr... 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 Das war's. Das war's. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen zu klein, oder? Ist es zu klein? Ich glaube, ich sollte es noch ein bisschen verschieben. Also wir müssen in eine Richtung, müsste es halt, ob ich nochmal eine Einheit weitergehen. Ekelhaft schwebendes Gras. Wenn du irgendwann mit der Create Mode spielst, erwarte ich, dass du ein Textur- und Textur-Verhältnis mit... ...dem das Wasserrad zu einem Quadrat füllt. Ähm, wo haben wir... Ach, ganz ehrlich, Gunpowder braucht doch kein Mensch. Äh, ich glaube, ich mache wirklich noch ein bisschen größer. Ich muss sowieso ein bisschen auch, äh, für mich in den Kopf kriegen, dass ich nicht zu symmetrisch baue. Also nicht immer. Okay. 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 Wir brauchen mehr von dem, äh, von dem Zeug. Ich bin mal gespannt, ob Replay-Mod mich dafür jetzt hasst, weil ich in andere Chunks fliege. Hm. Ich bin Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf Wir holen nochmal jeweils ein Stack Birch und ein Stack hiervon Ach, das ist okay, das ist stript So, jetzt müssen wir mal gerade klären, wie die Raumhöhe sein soll Und was wir schauen können, ist, ob wir hier irgendwo ein paar Ein paar Lampen verstecken können, weil ich glaube, irgendwie müssen wir das hier beleuchten So, pass auf, das ist auf der Höhe Das treibt ja wahrscheinlich irgendeinen Mechanismus an Tendenziell ja irgendwie eine Säge oder sowas Wie ging nochmal die Lightning Rod? Die ging, okay, die ging sogar so einfach, okay Ganz ehrlich, hier brauche ich gerade mal eine Scholkerbox, die einfach nur All den Shit hier aufnimmt Ja, nein, das ist es definitiv nicht Ich bringe jetzt irgendwie hin, dass das Drehmoment Irgendwie übertragen wird Also wir machen uns erstmal Gedanken über die einfachen Dinge, zum Beispiel den Boden Na, nein, das ist genau das, was ich nicht wollte So rum So rum So rum So rum So, Dark Oak Planks machen wir einfach mal. Das ist tatsächlich der Teil, den ich sogar schon wusste, was ich machen möchte. Ich will ein Schachbrettmuster haben. Ich wollte nämlich schon immer mal ein Schachbrettmuster machen. Okay. 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 Ich habe nur ein Problem damit. Das sind zwei komplett unterschiedliche. Also hier haben wir, das sieht aus wie so ein bisschen wie Laminat oder so. Und das jetzt halt einfach, ja. Geht es mit Spruce? Wie sieht Spruce Wood aus? Geht das besser ineinander über? Nicht Laminat, Parkett glaube ich. Meine ich Parkett? Boah, ich kenne mich mit Holz nicht aus. Kennt sich jemand im Chat mit Holz aus? Habe ich kein Spruce Wood? Nirgendwo? Habe ich das nie mitgenommen? Dark Oak? Dark Oak Acacia? Ich habe nie Spruce Wood mitgenommen. Okay. Spruce Percent Speed Run. Holz, Laminat, Parkett, alles gut. Hauptsache getrennt. Ja, wer kennt sie nicht? Die Laminatfelder. So der Terrassenanbau in China und so. Stimmt, wir haben ja jetzt wieder, äh, wieder den, den Optifine Zoom. Ich wollte schon sagen, den Fortnite Zoom. Wie komme ich auf Fortnite? Ah, das sind alles noch normale Bäume. Wir waren bis jetzt nicht groß in so kalten Gebieten, ne? Ich weiß beim besten Willen auch gerade nicht, wie, äh, das Spruce Wood in Misas Pack aussieht. Ich weiß nicht, was du da für Links postest. Sind das Rick Rolls? Ich habe irgendwie ein Gefühl, wir müssten schon an einem Ort vorbeigeflogen sein, wo es Spruce Wood zu finden ist. Aber es könnte auch sein, dass ich mich da auf eine andere Welt erinnere. Das kann doch echt nicht sein, dass ich nicht einem dieser scheiß Bäume... Aber die sind ja eigentlich eher in kälteren Gebieten. Wir haben noch nicht so viele kältere Gebiete gesehen. Hier sind wir eher in wärmeren Gefilden. Und dann... Vielen Dank. Wir hätten vielleicht mal irgendwie gucken müssen, ob der Wandering Trader, wollte ich euch eigentlich gerade sagen, ob der mal irgendwann das vertickt hat und wir es einfach nicht genommen haben. Warte, da ist gerade... Gottverdammt, Automord. Automord hatte etwas gegen den Begriff warme Brüder. So, wir gucken mal gerade, dass wir ein paar Setzlingel kriegen. Wir haben schon drei Stück, sollten das eigentlich tun. Jawohl. So, wo bin ich jetzt relativ zum Rest? Ich weiß nicht, ob wir in diesem Gebiet schon mal waren. Aber irgendwo war ich, habe ich auch schon mal Schnee holen. Also so ist es ja auch nicht. Okay, ja, ich glaube, da waren wir noch nicht, weil hier ist das Mesabiom. So, wir werden das nicht mehr mommy. Dann wird das Kind im Fernsehen. So. Wollen wir mal schauen, wie das Zeug aussieht. Falscher Farbton und es ist genau so vom Ding her. Aber zumindest können wir es jetzt dem Sortiersystem hinzufügen. Hat also erstmal nicht so viel gebracht unsere Reise. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste. Ich habe ja den ganzen Teil hier für Holz und so eingeplant. Also ich weiß jetzt aber gerade nicht, welche Holzsorten überhaupt noch fehlen. Ob ich hier überhaupt was eingeplant habe. Aber ich meine, da wo ich was Festes eingeplant habe, habe ich normalerweise ja auch Schilder hingemacht. Deshalb muss ich halt nochmal Sachen verlegen. Ich habe ja auch Schilder hingemacht. Ich habe mal drüber nachgedacht, Map-Up zu nutzen. Nee, nicht wirklich. To be honest. Nein, falsch. Das ist der falsche Stein. So rum. Nehmen wir den Tisch. Nehmen wir zwei Stonecutter. Der auch möglichst irgendwie in die richtige Richtung zeigen sollte. Keine Ahnung, wie hier irgendwie eine kinetische Transferenz stattfinden sollte. Ich weiß nicht mehr, ob der Begriff überhaupt Sinn ergibt. Aber. So. Frage ist, wo machen wir die Tür? Und wo machen wir eine Treppe auf eine etwaige zweite Etage? Das hier, ich weiß nicht, wie man das hier am geschicktesten macht. Ganz ehrlich, guckt ja eh kein Mensch drauf, ob das überhaupt auf der richtigen Höhe ist, um da irgendwas anzutreiben. Haben wir. So, pass auf. Wie kriegen wir das hin? Das Ding ist, ich müsste halt eigentlich die Fragen alle gleichzeitig klären. So, ich halte es für besser, wenn der vier hoch ist. So, wir nehmen die hier mal gerade als... Okay, skafieren wir die Nähe an. Okay, das hier ist jetzt auch so ein Ding, was geht. Wir brauchen 4, pass auf, dann macht aber eine 2x2 Treppe mehr Sinn. Okay, das hier ist jetzt ein Ding. Das kann weg, wir fertigen den normalen Stein nicht mehr. Das ist in der Welt ein Start, damit es unglaublich durchschnittliche sichere Siedler nicht gründen. Bruh. 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 Okay. Aber die Treppe ist sowieso in der falschen Stelle. Ich glaube, die muss andersrum. Die muss in die Ecke, damit die hier oben auf eine zweite Etage führen kann. Die aber vielleicht hier oben dann nur ein Zimmer ist. Shit, ich kann mir das gerade alles nicht vorstellen. Ich muss echt öfter so Builds freestylen. Ich würde schon sagen, die Treppe muss auch aus Holz sein. Aber es muss irgendwie so, dass es sich nicht mit dem Muster hier beißt. Wir haben hier eine 7 dabei. Das heißt, wir können auch nicht zusammen mal zwei Felder hier machen mit dem Muster. Ist das halb bescheuert? Wieso? Ich kann nicht zählen, oder? Ich wollte ja hier extra eine 4er Höhe haben. Also die Decke kann erst beim fünften Block beginnen. Das heißt, das mit der Treppe haut so oder so nicht hin. jetzt! Das ist eine 5. Spassendium undorklänge. Das wäre nichts. Das wäre jetzt das. Wenn ich die Wände aus weißem Holz machen will, dann sollte vielleicht die Treppen aus schwarzem Holz sein, dass die nicht mit der Wand verschmelzen. Oder vielleicht sollten sie genau deshalb aus weißem Holz sein, damit sie mit der Wand verschmelzen. Wie man es macht, es ist falsch. Ja, jetzt ist hier das Problem. Ja, Schaumi, danke fürs dabei sein. Okay, warte, das hier muss eins runter. So, dann ist nämlich der Übergang hier ein bisschen lustiger. So, jetzt kommt jetzt zum Beispiel auf der Wandlung einer. Vielen Dank. So, invertiertes Schachbrettmuster oder doch lieber... ...genau so. Ja, und was will ich hier eigentlich drin haben? Ich will hier ein Schlafzimmer und vielleicht eine kleine Terrasse. Oder so eine Dachterrasse möchte ich hier haben. Macht natürlich Sinn, wenn man sagt... Ich bin mal wieder für ca. 15 Minuten weg. Was machst du denn in der Zeit immer? Langsam finde ich das ein wenig Sass. Ja, ich bin mal wieder... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde es ja eigentlich noch um eins runterschieben, aber dann sehen wir hier den Stützbalken. Das ist nicht so cool. So, pass auf, das kommt weg. Sonst würde das Obergeschoss zu hoch. Dann machen wir es so. So, brauchen wir hier noch verstrichen, hier noch, äh, noch Balken. Ich würde eigentlich schon sagen, ja. Jetzt habe ich mich schon wieder vergessen, wollte ich nicht aus dunklem Holz arbeiten für die, äh, für das Dach. Ach, willst du das jetzt für die Dachstützen? Na, super. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Das Trip Lock will ich eigentlich nicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kann man auch... Habe ich genug Dark Oak? Nein. Ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass bei der Replay-Mod-Aufnahme dann ständig halt diese Blitze sind, weil die Chunks entladen werden. Ich weiß nicht, ob das, wenn das dann im Zeitraffer läuft, ob das dann so sichtbar ist, aber ich habe halt die Befürchtung. So, Spruce Wood Planks brauchen wir nicht da drin. Aber das ist halt das, was ich auch, ich frage mich echt, wie YouTuber das so machen, wenn sie, wenn sie wirklich Gebäude freestylen und dann nochmal Sachen aus ihrer Base holen müssen. Du kannst ja nicht jedes Mal die Replay-Mod-Aufnahme abbrechen. Es wird ja komplett kacke, damit zu arbeiten. Geht. Tja. Das musste ich bei der, als wir die Maja Burg gebaut haben, musste ich das tatsächlich ich auch machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da es sich hier ja mein eher rustikaleres Gebäude handelt, die ja nicht so riesige Fenster, eigentlich ist das hier schon fast zu groß. Und das ist das hier ja nicht so riesig. Jetzt suchen wir auch eine Doppeltür, weil sonst sieht das kacke aus. Die neuen hängenden Schilder wären auch... Wobei, sind die schon in 1,19 oder ist das, glaube ich, 1,20 Content, oder? Ich glaube, es gibt auch keine hängenden Schilder. Das sieht auch wieder... Ich glaube, hier müssen wir ganz klassisch mit Fackeln arbeiten. Zumindest außen. Innen ist halt oft das Feuer nicht so eine gute Idee. Ketten. Ketten benötigen wir. Ja. 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 Wilkommen zurück Creative. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also das ist ja ein ziemlich hohes Delay, aber kann man das irgendwo rausfinden? Wüsste ich jetzt gerade nicht, wie. So, wir wollen auf jeden Fall einmal hier Licht haben. Hier kann das Kaminfeuer für Licht sorgen. Hier haben wir die Treppe. Hier haben wir die Treppe. Ah, ja, sieht auch nicht so geil aus. Hier haben wir die Treppe. Das sieht ein bisschen zu... Wieso gibt es hiervon keine... Warum gibt es keine Stairs? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Aber okay, dann sieht es vielleicht auch nicht ganz so polished aus. Wie schwer ist es eigentlich als Zuschauer... Naja, so krass ist es ja normalerweise nicht. Okay. 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 Ich habe... Ich habe... Ach... Okay. Okay. Ich habe... So, das sieht zumindest noch ein bisschen safer aus. Aber wir müssen nochmal gerade sowieso noch ein paar Sachen holen. Okay, das hier ist durch. Das ist okay. Okay. Habe ich noch irgendwo schienen? Jawohl. Ganz ehrlich, die Minecarts kann man auch genauso gut dahin packen. Aber das ist ein Problem, was man vielleicht zwischen den Folgen mal machen kann. Das ist das Problem, dass ich den ganzen Kleinshit hier mit mir rumschleppe. So. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Oakwood. Spruce haben wir noch nicht so viel, aber Acacia haben wir vor Ort. Bisschen Jungle. Darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. So, wo ist die Kohle? Ja. So. 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 Das packen wir mal kurz in die Ender-Chest. In der Hoffnung, dass es das jetzt auch tut. Smoothstone nehmen wir nochmal ein bisschen mit. So. 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 Wieso habe ich 6 Ach, wieso habe ich denn jetzt 6 von denen gemacht? Die 2 hätten doch voll gereicht Nein, machen wir doch mit dem Smooth würde ich sagen So, was Spawning Plätze angeht, ist das jetzt hier langsam mal Save So, was Spawning Plätze angeht, ist das jetzt hier So, was Spawning Plätze angeht, ist das jetzt hier Jetzt irgendwie das hier hinkriegen So, was Spawning Plätze angeht, ist das hier So, was Spawning Plätze angeht, ist das hier So, was Spawning Plätze angeht, ist das hier Vielen Dank. So, hier. So, hier. So, hier. Das hier ist überflüssig. Hier kann man vielleicht noch irgendwas verstecken in der Nische. Was macht mehr Sinn? Helle Zäune oder dunkle Zäune? Wenn ich schon hier auf den Stützbalken die Zäune mache, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht besser mit einem Kontrast sein sollte. Und ich meine, wir haben ja auch die Wände hier in Weiß. Beides mischen. Ich weiß nicht mehr, ob die sich überhaupt verbinden. Helle und dunkle Zäune. Ja, da vermischt sich das. Ja, und es sieht kack aus. Also, ich finde, das Schachbrettmuster funktioniert schon nur so halb. Um eine Message gegen Rassismus zu setzen. So, pass auf. Wir haben eins, haben wir noch. Das heißt, wir haben noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das passt sogar perfekt. Okay, ja, wenn man, wenn wir, ich habe ja überlegt, ob man irgendwann noch gesagt hat, hier können wir vielleicht eine Kiste, aber das macht hier mehr Sinn. Weil wenn wir hier keinen Zaun machen, dann verbindet sich das nicht und dann bleibt da eine komische Lücke. So, kleine Dachterrasse und wie machen wir das hier? Na. Wie viele Slabs hast du gerade pro Block bekommen? Acht, weil das sind die Kopferblöcke und die kannst du noch in diese geschnittene Kopferblöcke umwandeln, das in einem eins zu vier Radius und daraus dann noch eins zu zwei die Slabs und deshalb kriegst du da acht draus. Wie viele Slabs hast du da acht draus? Kommt mir physikalisch etwas unmöglich vor. Beschwer dich bei Mojang, die haben das so einprogrammiert. So, theoretisch muss ich die, äh... Das hier sieht kacke aus. Hier oben passt das. Das Ding ist theoretisch muss ich halt auch, äh... Das Wasser fließt halt sonst theoretisch nicht ab, das würde ich hier runterlaufen. Das würde ich einfach bei Mojang arbeiten, vertikale Slabs einprogrammieren und dann wieder kündigen. Das ist so eine weirde Konstruktion. die ich hier gerade mache. Weil wenn ich jetzt hier noch das Dach weiterziehe, sieht es noch komischer aus. Noch seltsamer als das Wasserquadrat. Ja, noch seltsamer als das Wasserquadrat. Bin nochmal gespannt, ob das ganze Kupfer hier auch schön oxidieren wird. Na? 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 Okay, hier muss ich irgendwann eine Lichtquelle unterbringen. Wenn ich da eine hinhänge, dann funktioniert das nicht, oder? Ich habe mehr als eine, ist aber auch nicht, äh... Ist ja... Also ich will halt nicht mit den Lichtquellen übertreiben in so einem Haus. Also ich will halt nicht mit den Lichtquellen übertreiben. Sollen wir damit spielen, dass hier einfach nicht so viel bleibt? Sollen wir das probieren? Sollen wir das probieren? ob das wir jetzt hier sehen? Wir werden das probieren ok? Sollen wir das probieren. Mal? Okay, nicht ganz. Also es wäre ja schon irgendein... Ja, weil hier kommt man nicht durch. Das geht nicht. So, hier muss auf jeden Fall noch einer höher. Wobei... Man muss sich ducken. Das passt natürlich zu so einem Haus irgendwie total. Okay. Okay. Mhm. 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 Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe hier jetzt halt Scheiße gebaut, außer ich ziehe es hier hin, aber dann ist es nicht mehr symmetrisch mit, also ich glaube unser Holzfäller lebt allein. Ich würde mal behaupten, dass unser Sägewerk-Typ hier alleine lebt, weil wir kriegen hier kein Doppelbett hin, ohne dass es unsymmetrisch aussieht und das wiederum ist verboten. Was habe ich denn hier gemacht? Was habe ich mir hier gedacht? Hä? Ne, das war richtig, was ich hier gemacht habe. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, weil sonst sieht das Fenster komisch aus. Und er soll zumindest mit einem schönen Blick auf das Wasserrad aufwachen können. Das wiederum heißt, hier muss dann das hin. Dann könnte er im Zweifel auch ein Bett ranschieben. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, ob es von unten oder von oben Scheiße aussehen soll, weil wenn ich hier jetzt, entweder unterbreche ich hier das Schachmuster, wieso komme ich auf Domino, oder ich habe hier... Nevermind! Wieso verbindet er sich hier? Weil ich das Schach... Okay. Okay. Nein, das ist nicht das Problem. Danke, Spiel! Danke, dass ich keine schönen Dinge haben darf. Sorry, du musst leider für den Rest deiner Existenz einsam sein, weil Symmetrie geht nun mal vor. Ja! Ist leider so. Aber hey, er hat dafür wenigstens ein recht großes, schönes Haus für sich. Ich bin wirklich gespannt, wie lange es dauert, bis das Dach hier komplett eingerostet ist. Nein. Nein. So. Was ist, wenn der Holzfäller Poli ist und zwei Partnerinnen bekommt? Das ist gar kein... Weißt du, das ist gar keine so schlechte Idee. Also entweder haben sie einfach ein King-Size-Bett. Beziehungsweise vielleicht ist es auch einfach Besucherritze, weil sie vielleicht ein Kind haben. Oder... Ja. Oder ist Poli. Geht natürlich alles. Ich meine, es könnte ja auch eine Holzfällerin hier wohnen. Sagt ja auch niemand, dass das ein Mann sein muss. Ich meine, in der Praxis werde ich hier wahrscheinlich eh ein paar Villager unterbringen. Aber nicht so, dass sie Freiheit genießen können. Wieso ziehe ich das so weit? Ich glaube, das sieht weird aus, wenn ich das so weit ziehe. Ich stehe mir mal so im Gesetz vor, die Anzahl ihrer Lebenspartner muss eine Anzahl entsprechen, die die Symmetrie ihrer Wohnung gewährleistet. Das klingt nach einem so deutschen Gesetz. Oh! Oh! Aber dann muss ich es aus der anderen Seite eigentlich auch kürzen. Aber dann ist es nicht mehr bündig mit dem Kamin. Irgendwo macht es ja auch Sinn, dass vorne ein bisschen mehr Platz ist an der Haustür, oder? Ich weiß nicht. Dann will ich mal weniger symmetrisch bauen und dann sieht es halt ohne Symmetrie scheiße aus und falsch. Ich frage mich schon, was du in einer hohen politischen Position so treiben würdest. Äh, politische Position weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, ich sollte definitiv keine Superkräfte besitzen. Das wird schief gehen. Ich glaube, ich würde solche Fähigkeiten sowas von, so hart missbrauchen, so hart wurden, Superkräfte noch nie missbraucht. So. Es ist ein bisschen beengt da oben. Hier oben ist es ein bisschen einladend, aber dafür hast du halt direkt, äh, hast du direkt hier den, äh, die Säge. Hier oben ist es ein bisschen, äh, die Säge zu nehmen. Wir fliegen mal kurz rum. Soll ich damit zufrieden sein? Von außen würde ich halt sagen, da muss noch ein Fenster hin. Aber von innen halt nein. Ich meine, man kann vielleicht außen noch ein bisschen verzieren. Wenn man dann den Weg hierin zieht, vielleicht ein paar Blumenbeete oder sowas. Oder vielleicht ein paar Kürbisse für den Eigenverzehr. Ich meine, von irgendwas muss der Mann oder die Frau ja auch leben. Ich glaube, das ist kein Lichtnahrungstyp. Dieser Schornstein, der gefällt mir halt irgendwie noch so gar nicht. Aber ich glaube, viel mehr schaffe ich in der Hinsicht jetzt heute auch nicht. Es hat Außendekoration. Ich glaube, wenn man die Außendekoration macht, könnte man sich nochmal überlegen, ob man den Kamin austauscht. Ein bisschen Licht. Hier ein bisschen ein paar Blumenbeete und irgendwie ein paar Kürbisse und Melonen, dass ein bisschen Ernährung gewährleistet ist. Aber sonst? Ah, super. Lass mal auf. Welche brauche ich gerade? Da ist die Ender Chest. Da ist die Ender Chest. Da stecken wir mal ein wenig. Wir wollen natürlich auch irgendwo eine Kiste hier für Zeug. Und zwar hier. Ich packe erst mal das Zeug einfach hier hin. Einfach, dass wir ein paar Reparatursachen hier haben. Und ich hatte einfach vorhin das Holz mitgenommen, damit wir ein paar damit wir ein bisschen ein paar Holzstapel hier anlegen können, die wir dann mit den Schienen halt angebunden hätten. Aber das ist, glaube ich, Außendeko. Mein Kopf ist jetzt schon total Matsch von dem, was wir hier gemacht haben. Also man sieht, warum ich das hier normalerweise nicht freestyle. Aber ich muss das eigentlich üben. So, Betten können wir bei der Gelegenheit auch noch irgendwann holen. Hier drin ist alles safe, oder? Ja, hier drin ist safe. Ich meine, ich habe ja auch bewusst nicht mit den Lichtquellen übertrieben. So, was haben wir hier? Das nehmen wir noch mit nach oben. Gucken wir mal, was davon hier sinnvoll eingesetzt werden kann. Das hier, die Slabs, die Türen, Akazienholz, brauchen wir noch ein bisschen mehr vorn, aber okay. Na. Wollte ich wohin nicht noch irgendwas mit Redstone gemacht haben? Oder zumindest irgendwas hier raus? Die Schienen hatte ich hier raus, ne? Oder hätte ich hier rausnehmen können. Theoretisch brauche ich hier wirklich... mich stört das mit dem Bett, aber ich glaube, ich habe keine Wolle. Doch, hier. Ist nur für ein weißes Bett, aber das ist okay. So, dann hat unser, unser, unser Holzfäller oder unsere Holzfällerin oder was auch immer hat dann auf jeden Fall entweder ein King-Size-Bed oder ein Queen-Size-Bed oder auch Platz für beliebig, was heißt beliebig, aber potenziell zwei PartnerInnen. Okay. Oder wie gesagt, vielleicht lebt hier auch eine kleine Familie. Wer weiß. Aber ich weiß nicht so richtig. Ja, das hier... Das müsste man noch irgendwie... Das sieht noch nicht schön aus. Damit bin ich ehrlich gesagt noch nicht so zufrieden. Aber der Sinn, warum ich das hier gebaut habe, einmal damit wir halt ein bisschen eine kleine Sehenswürdigkeit haben, aber zum anderen hatte ich die Überlegung... Ist die eine Spinne? Ist die auf dem Dach gespawnt? Nee. War die Überlegung, dass man hier in der Ecke... Ich weiß noch nicht, ob man das so ein bisschen unter... Was heißt unter der Erde? Ich hätte gerne schon eine Glasdecke. Ich bin da noch sehr ziehgespalten, weil ich hätte gerne irgendwo mal hier eine ordentliche Baumfarm mit TNT-Duplikator und so. Aber ich will dann auch gerne eine oder mehrere, um halt alle möglichen Baumtypen abzudecken. Also auch die Neta-Bäume und die zwei mal zwei Bäume. Dass ich da einfach dann Holz grinden kann, wann immer wir es brauchen. Aber ich möchte halt nicht hier irgendwo einfach einen TNT-Duplikator in der Luft liegen haben. Das heißt, ich möchte schon ein bisschen versteckt... Aber auf der anderen Seite möchte ich halt schon, wenn ich da drin bin, dass hier das Skylight von oben reinfällt. Das heißt, da muss schon irgendwie hier irgendwie eine Glasdecke oder so sein. Ich weiß auch nicht, was für Abmessungen wir da brauchen. Ganz ehrlich, ich bin da noch ein bisschen überfragt. Aber das war so die Idee. Und dann kann man hier in dem Haus den Zugang dazu einbauen. Vielleicht mit einem Wasserfahrtsstuhl oder so, der hier irgendwo vielleicht unter der Treppe versteckt ist. Vielleicht auch ein paar Fletcher, die dann halt da arbeiten, wo wir das Holz dann vertecken können. Wobei die, damit sich das lohnt, müssen wir die eigentlich infizieren und dann heilen. Weil sonst sind die Preise einfach zu hoch. Aber es wäre dann auch nochmal eine mögliche Emerald-Quelle. Aber das sind dann halt so Sachen. Da sorge ich mich irgendwann drum. Das ist halt so ein Ding, was ich irgendwann mal bauen will. Vielleicht weiß ich bis dahin dann auch, was mir hier dran noch nicht so gefällt beziehungsweise wie ich es löse. Weil ich weiß jetzt noch nicht, ich meine, für Kamine sind ja Ziegel recht beliebt. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang so schön aussieht. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Gedanken dazu. Ich mache aber Schluss für heute. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.